Durch. Das ist so ein 3mm Abwehrstachel. Ja, das auch. Das auch. So, hier. Kann ich einen anderen Spieler in einen Wehr verwandeln? Ja. Wenn Sie die passive Fähigkeit Blutritual freischalten, kann ein Spieler alle sieben Tage jemanden aus seiner Gruppe am Schrein von ihren Stehen verwandeln. Allerdings können sie lediglich den Prozess in Kellen bringen. Der gewissen Spieler muss dann die monströse Transformation zu Ende bringen. Man sollte allerdings beachten, dass ein Spieler, der sich mit Vampirismus verifiziert hat, nicht verwandeln kann. Nicht verwandelt werden kann. Achso. Okay, wenn man z.B. verbirbt, kann ich das nicht zu Werbe machen. Ja, ich will auch kein Werbe finden. Hallo, Hybrids. Moin. 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 Ja, Moinsinn. Da steht eine Riesenkatze, ja. Das ist Kitty. Das ist Kitty. Und das ist auch Kitty. Kitty. Kitty im Doppelpack. Hybrids kann ich leider nicht rufen. Aber auf Hybrids kann ich reiten. Ja, das kann sie. Ich glaube, ich nenne mein Pferd Aitaria. Kann ich auf Aitaria reiten? Wir lassen das mal lieber. Ja. Die hat aber einen langen Schwanz. Aber beide haben einen langen Schwanz. Also, wenn das nicht mit dem Doppelkämpfler geht, das ist die Prozesse der Prozesse der Prozesse der Prozesse der Prozesse der Prozesse. Aber auch wenn es bei der Ulti nicht fertig ist. Und die Sippern ist irgendwie mit dem Deutschgruppen Spielen. Ach ja. Naja, falls einer nicht reicht. Mappa, wir haben jetzt auf dem Discord übrigens auch einen FSK18-Channel. Da hat Iron aber wieder richtig losgelegt. Ja. Ja. Iron hat dir einen Sparschannel gefunden. Oh ja. Hi. Liegt das an der Rüstung, worum du weniger Leben hast? Wie weniger Leben? Ich bin Stufe 13, halb 25.000, du bist Stufe 23, hast nur 19. Ne, das ist ein Kostüm. Achso, ich habe eine andere Skillung. Da ich ja DD bin, habe ich ja nur auf Ausdauer gespielt. Ich habe nichts auf Leben. Ich habe ein bisschen was auf Magika. Deswegen, ich habe ein anderes Skillung. Ich war gerade irritiert. Ne, ne, ne. Ich habe das gemacht, was Daki mir gesagt hat. Jetzt überlege ich doch, Tank zu sein. Weil ich sowieso immer die ganze Zeit die Akku habe. Ha. Bereit für das ultimative Böse. Achso, ich muss einfach hier den Discord machen. Ich bin doch schon da. Und Masuna schläft bestimmt. Äh, weiß ich nicht, Masuna war zurück durch. Okay, war es nochmal da. Ah. Wir hängen übrigens gerade bei einem Boss fest. Ja, die Ends nerven. Ja, du darfst dich in diesen komischen Kugeldingern stehenbleiben. Sonst bist du eingefroren, kannst nichts machen. Und ja, nervig. Einfach nur nervig. Und die Euphro sehen, dass ich auf Gruppenheilung gegangen bin. Mhm. Ich habe zwar auch Heilung, aber... Dreifache, äh, doppel Heilung ist besser. Und wir machen mehr Schaden. Ja. Für ja, welche kleine Scheiß-Ugeln. So, was ist von der Wurm Budwebsarmee hier? Haha. Im wahrsten Sinne des Wortes, Wurtsarmee. Ich muss schnell eine Leiche futtern, sonst fahre ich mich gleich zurück. Er läuft aber schon mal besser ein bisschen als vorher. 3 Leute sind vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich kann nur gerade keine Fähigkeiten drücken, worum er oben ist. Ja, das ist hier manchmal. Das hatte ich vorhin auch. Hallo? Das ist gelähmt von der Blitzkugel. Diese Viecher sind ultimative Böse. Nein! 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 Ja, bitte wieder! So ein Scheiß Ding, Alter! Ja, 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 ja! Okay. Leute, Hilfe! Ja, ich muss der Vötchen wieder nehmen. Und! Ich wurde gerade in diese Bisskugel. Hallo? Jetzt. nein 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 aus böse blitzkugel nein 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 und ja so mich um die Wasserkummer werden die ihr die Entsen habt nein 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 Nein! Hm. Kack. Tuse. Nein! Ich mag diese Tuse nicht. Ich bin tot. Willst du sterben? Mhm. Aber hey, wir sind schon mal weitergekommen als vorher. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja. Aber weiter als vorher. Ja, das Problem ist, diese Ads kommen die ganze Zeit, egal ob wir sie töten. Also die Ads töten auch nicht. Das heißt, zwei müssen die Ads machen oder so. Und einer haut die ganze Abtipp-Boss drauf. Hm. Nice. Huch, nicht schleichen. Wir haben irgendwie irgendetwas, was Mana und Dings wieder herstellt. Ja. Dann nehme ich doch das erstmal. Toter Kohl. Toter Kohl. Toter Kohl. Toter Kohl. Toter Kohl. Juhu. Toter Kohl. Toter Kohl. Toter Kohl. Toter Kohl. Toter Kohl. K В L Das war's für heute. 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 Ich kenne einfach noch zu wenige Leute in ESO. Welches Level hast du denn, Slayer? Er kriegt halt wohl keine XP während des Kampfes, um zu leben. Ne, leider nicht. Nur wenn wir den Boss schaffen. Ja okay, 6 ist glaube ich wirklich ein bisschen slow. Ich weiß auch nicht, ob... Na doch, oder? Ich weiß nicht, ob man rein kann. Danke ihr beiden für die Kanalpunkte. Aber wie viel sind hoch? Ja, ne? Mapa, danke auch für deine Kanalpunkte. 19% schon, geil. Früher waren wir bei 15. Ich glaube, ich hätte halt von der Rüstung her eine bessere Brustplatte. Aber? Aber die, die ich jetzt an habe, gewährt 500 zu leben. Ja, gut. Meine Ausrüstung werden nicht geben, die ich habe. Beide sind da jetzt ein bisschen schon im Level. Ja, ey. Äh, Ryan schläft gerade. Ryan hatte die letzten Tage nicht ganz so einen tollen Schlafrhythmus. Deswegen haben wir das Schlafen geschickt. Äh, wohl Luna, jetzt weiß ich nicht. Und sie hat gehört? Luna macht ein Nickerchen. Sie hatte mir geschrieben, sie wollte sich hinlegen und dann auf einmal saß ihre Katze auf dem Bett. Okay, weil vorhin hieß es nur, dass du weg musst, kam nicht mehr wieder, weil sie ja eigentlich den Job von Ryan übernehmen sollte. Weil ja Albert nur arbeiten war. Und dann kommen halt nichts mehr. Jetzt ist sie geschrieben, dass sie sich hinlegen wollte. Dann auf einmal saß ihre Katze auf dem Bett. Und ja, da hat sie nachher nicht mal einen Grandbrot. Ja, gut. Ähm, ich habe einen neuen Zeitplan, Mapa. Ich habe einen neuen Zeitplan gemacht. Dafür ist für mich freitags nicht mehr. Ähm, gut, Samstag sowieso nicht, außer diesen Samstag. Diesen Samstag streame ich tatsächlich, weil frisch aus abends weg ist. Für vier, fünf Stunden. Und da kann ich dann wunderbar streamen. Während... Gut. Ich habe jetzt mal ein bisschen umgebaut. Und nur noch die Fähigkeiten. Äh... Gündir. Das... Also, Mapa, ich streame jetzt rein theoretisch von Sonntags bis Donnerstags durchgehend. Ich versuche es zumindest durchzuhalten. Und... Und was so ein Schlafhutbus angeht, ja, stimmt. Aber ich habe sie schlafen geschickt und... Sie hat sogar mal gehört. Sie hat sogar mal gehört, ja. Oha. Aber wenn sie wirklich nicht gut geht, dann ist es vielleicht besser. Nee. Nee. Sie war vorhin kurzzeitig wach. Aber... Ja. Nee, sie hat mir... Ich hatte ihr auf Discord geschrieben. Und da hat sie mir das schon gesagt. Da habe ich gesagt, ja, es ist schon besser. Ja. Du Raben, ey. Oder Krähen. Hi. Sie sind am Wuss. Wussi. Und das geht schon wieder los. Oh, wir sind so früh gesetzt. Fuck. Nein, ich sterbe nicht. Nein. Ich denke, man kann sie auch aus diesem Stun befreien manchmal. Ja. Das habe ich vorhin zwischendurch immer mal wieder geschafft. Das war zwar nicht ganz so einfach, aber es ging. Huch. Ich habe einen Bug. Ich bin im... Ich bin im Boden drin. Ich... Ich... Ich bin im Boden drin. Ich... 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 Ich bin jetzt einfach im Boden drin. Ich... 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 Warum habe ich das Gefühl, dass Story heute nichts mehr wird bei mir? Ja. Kann ich mir diesen verdammten Verlies festhängen? Ja. Tue ich das möglich. Ich bin auch im Held. Boah. Also ich bin heute komplett durch. Echt? Mir ist das gerade so ein komischer Falter auf dem Monitor und ich habe probiert die mit meiner Axt ingame zu erschlagen. Richtig gut. Warte mal. Hab ich noch... Oh ja, ist noch drauf. Alles gut. So, und wenig hängen die mal wieder im Boden fest. So doof, ich bin so doof, ich bin so doof. Nein, kann nicht während des Kampfes geändert werden. Fuck, ich hab vergessen die Fähigkeiten zu ändern. Ja, gut. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Loll. Dadurch, dass ich in der Kugel drin war, ist er instant wieder gestorben. Oh, nö, oder? Ja. Dadurch, dass die Kugel direkt über mir war. Direkt wieder gestorben. Ich habe keinen Manner mehr fürs Heilen. Was ist da? Das war uns knapp. Und natürlich habe ich jetzt die Kugel falsch gesetzt. Ach, oh fuck. Ne. Nein. Oh, mana. Ich auch. Komm schon. Komm schon. Halo. 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 Nein. Lasst mich da weg. Wenn ich jetzt schnell die Kugel nicht ausschalten kann. Aufleben. Los. Oh, diese Kugeln. Nein. Ich kann ihn eher. Lass mich da raus, ihr Kleinen. Ich muss aufpassen auf meine Wortwahl. Wie gestern. Mhm. Ungefähr. Piep. Elendlich auf den Piep. Hallo, Eivor. Piep. Auch noch den Piep. So naht. Das fand ich, das fand ich witzig. Ach, schön. Gott, ey. Ja, ich bin gleich wieder tot, weil ich keine Heilung gehabt habe. Oh. Oh. Ja. Also entweder. Höheres Level. Oder mehr Leute für eine Gruppe. Da war mein Mana-Rip. Hängt mir niemand am Arsch. Mach du die. Mach du die. Mach du die. Hau du mit. Oh, ich hängen alle am Arsch. Die hättest abhauen müssen. Die. Nee. Das hängen. Kitty. Kitty hätte abhauen müssen. Die hängen mir nicht am Arsch. Doch, doch. Die hängen mir nicht am Arsch. Die hängen mir nicht am Arsch. Die hängen die ganze Zeit dir am Arsch. Du hättest einfach bloß noch beiden müssen. Bei mir sah es aus, als wären sie die Dirk. Nö. Das bringt zum nächsten. Nö. Glaube ich auch. Puh. Der Arki ist immer noch abwesend. Was hätt ich ihn fragen können? Wenn wir noch einen vierten hätten. Wo rennst du eigentlich hin? Oh. Der Darki ist wie gesagt, er ist zwar online, aber er ist abwesend. Ja, aber ich denke mal, wir brauchen mindestens noch ein bis zwei Leute. Und dann versuchen wir es noch einmal. Oh, die Apps sind halt so. So nervig, ey. Hm. Ja, wie gesagt. Einmal würde ich es davon suchen. Danach würde ich wahrscheinlich die Story weitermachen. Weil das hat dann definitiv keinen Sinn. Muss nur einmal die unteren Tränke nehmen jetzt. Und aufladen. Und aufladen. Das dem Paul won maintenance ist. So Club. Yeah, Alexandrine. Soo Rick. Ähm. Alright. Diese blöde Eise. Bei dem Namen kein Wunder. Himmirel. Die Nase. Der Wunder. Der Wunder. Jetzt noch ein Wunder. Der Wunder. Ich gehe mal zu der Lichtbucke, gut. Ich gehe mal. Du kleine Scheißviech. Du kleine Scheißviech. Du kleines, ekelhaftes, widerliches Scheißviech. Man nannte es auch Klampen. Und versuchen was von anders nochmal. Das wird nichts. Huch. Ich wollte nur meine Waffe wegstecken. Oh ja, war meine Kuppenheilung. Hi. 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 Ups. Schilder knutschen. Wieder knutschen, knutschen. Wieder knutschen, knutschen. Hi. 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 Ey. So, da ist der Ausgang, ne? Hi. 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 Schau. Dann muss ich marbleen, bei welchen? wahrscheinlich. Ja gut, oder ein Verlies, beziehungsweise drei offene Verliese. In Dunkelfurst. Wahrscheinlich wird es eher ein Verlies und zehn Gegenstände aus Taschen klauen. Mal gucken. Da hinten ist aber noch eine Quest. Lauf, kleiner Denchel, lauf. Uäh. Klaue ich eigentlich aus der Tasche. Okay, bei dem geht's nicht. Natürlich. Wäre auch zu einfach. Kurz einen Huhn noch da gelassen. Hallo, Daki! Ernsthaft, jetzt kommt er. Ich stelle sie. Lass mich rein. Ja. Nein, ich muss da hoch. Hey, Daki. Hättest du dich fünf Minuten näher kommen können? Erscheinen, meine ich. Erscheinen. Aber kommen ist doch schön, ne? Hm. Mhm. Oh ne, ist doch kein Buch. Ich muss mal hooouch. Hooouch. Aber wie? Wie? Ja. Ja. Wieso fünf Minuten? Weil wir uns eben an einem Verlies versucht haben. Äh. Wo wir ein bisschen Probleme gehabt haben. Aber. Ja. Ja. Du standst halt die ganze Zeit auf Abwesen. Sonst hätte ich dir auch geschrieben. Aber ich dachte, okay, bist wahrscheinlich nicht da gerade. Deswegen. Das letzte Grab. habt ihr euch je gefragt was uns dort draußen da muss ich hin ja aber ich dachte du wärst halt nicht da und dann wäre die nachricht irgendwann das war gerade unsinnig dass ich mich auf meinen retten wie ist es gelaufen ich habe alle außer ranias sie ist von inseln nach grünschatten geflüchtet das erbe hat sich über auhridon hinaus ich sorge dafür dass der chef von guten arbeit danke für eure dienste gerne und dann nach dahinten ob ich mein leuchter kätzchen liebe stimmlich vergütter ist das ist das ist kein das ist schon lange keine liebe mehr ich habe eine einstellung gemacht und jetzt sieht die aus das letzte mal hat mich richtig geärgert deshalb so besser dank an das programm jetzt freut mich freut mich dass es bei dir jetzt besser läuft ja wie gesagt ich dachte okay wahrscheinlich bist du irgendwas am machen oder so oder halt gerade essen oder keine ahnung was wir hatten jetzt nämlich zwei stunden glaube ich versucht dieses verlies zu machen aber ich will jetzt ein bisschen story machen deswegen ja damit damit wir was anderes sehen als dieses elendige verlies die haben jetzt alle frieden gefunden und behüte euch reisende ihr könnt euch nicht vorstellen wie viel kann ich selbst frieden finden bald bin ich auch bei meinen kleinen es ist schon so lange her dass ich ihre wir haben die verbannungszellen 2 versucht verbannungszellen 1 habe ich vorgestern gestern vorgestern mit kittin fertig gemacht und jetzt wäre verbannungszellen 2 dran gewesen da sind wir an so einem ekelhaften buster gescheitert und er nähe einfach einfach nie könnte er einfach gestehen hey hey ein von zehn gegenstehen geil muss noch mehr leute bestehen